Sie haben dazu auch noch ein Zitat ab, gell? Sie sind gefragt worden, man müsse doch erfahren, wie die Jugendlichen radikalisiert wurden und von wem? Ihre Antwort, ja, aber das ist nicht meine Aufgabe. Richtig. Sie sind der Hausherr dort. Sie müssen doch schauen, was dort passiert. Sie können die Verantwortung einfach abgeben und sagen, das ist nicht meine Aufgabe. Nein, aber wenn es wirklich die Aufgabe ist, meine 700 Quadratmeter, wo ich dort bin, aber ausserhalb nicht. Das heisst, wir sind in der Schweiz. Es geht einfach nicht umrechtlich, dass ich mal jemandem sagen könnte, sie dürfen sie dort nicht machen und dort dürfen sie nicht. Ausserhalb von den 700 Quadratmetern, wo ich alles als Präsident bin. Das ist einfach auch rechtlich verheben zu nehmen. Darum geht es darum. Für mich ist es sehr wichtig, dass die Leute, wenn es ja bei mir ist, dann halten sie die Regeln ein. Ausserhalb, das ist nicht meine Aufgabe, das ist die Aufgabe der Schweiz oder die Leute, die in der Schweiz sind. Das ist nicht nur.